Bootswöln Wollmann, wir haben eine Frage Ja, wir fahren immer weiter Kommt schon Tönder Auf jeden Fall fahren wir jetzt etwas südlich Das kann ja nicht schaden Wahrscheinlich dort wo wir rechts gefahren sind sollten wir links fahren Ich denke jetzt darüber Ja, Tönder Tönder, aha Dann fahren wir hier links Ja Kleine Armhäuser hier Das war schon Gut bei Gut bei Gut bei, ja Bunches